Der Bürgermeister Ludwig hat einfach das geschafft, was früher bei der Türkenbelagerung nicht geglückt ist. Er hat jetzt für Erdogan ein Kalifat geschaffen in Wien. Und das hat man wieder gesehen in Favoriten, dass dort nicht nur Parallelgesellschaften, sondern auch richtige Gegengesellschaften aufgetreten sind. Das sind Menschen, die oft auch schon hier geboren sind, aber wo Österreich weder im Hirn noch im Herzen jemals angekommen ist. Und das ist eine komplett falsche Integrationspolitik. Und darum sage ich ja, dass hier auch mit härtesten, auch polizeilichen Maßnahmen durchgegriffen werden muss. Das heißt, wenn dort ein Wolfsgruß gefallen ist, und das ist ein verbotenes Zeichen, wenn dort Al-Akbar-Rufe gefallen sind, wenn dort auch islamistische Tendenzen gelebt wurden, dann muss hier auch die Polizei direkt einschreiten und auch die Menschen verhaften. Und sofern sie nicht österreichische Staatsbürger sind, dann auch außer Landes bringen.